Im Iberoamerikanischen Institut in Berlin befindet sich Europas größte Spezialbibliothek zu Lateinamerika, Spanien, Portugal sowie der Karibik. Ein Teil des Bestandes ist im Lesesaal frei verfügbar. Der Großteil des Bestandes befindet sich aber in Magazinen. Für das Lesen oder Ausleihen von Büchern ist ein Bibliotheksausweis nötig. Hierfür gibt es zwei verschiedene Ausweisarten, den gelben Lesesaalausweis und den blauen Bibliotheksausweis. Der Lesesaalausweis ist für NutzerInnen, die nicht in Berlin wohnen. Diese können nur im Lesesaal Medien nutzen. Außerdem haben sie ortsunabhängig Zugriff auf alle elektronischen Ressourcen wie E-Books oder Datenbanken zu einem Fachthema. NutzerInnen, die ihren Wohnsitz in Berlin haben, können mit dem Bibliotheksausweis außer den Medien nach Hause entleihen. Beide Ausweisformen können Sie im Online-Katalog OPAK beantragen unter dem Button Ausweis beantragen oder verlängern. Oder direkt an der Servicetheke der Bibliothek. Die Ausweise sind kostenlos und ein Jahr lang gültig. Verlängert werden können Sie vor Ort oder online. Den Bibliotheksbestand können Sie online unter www.iaicat.de einsehen und durchsuchen. Nutzen Sie hierfür das Suchfeld in der Menüleiste der Website. Mit dem Scroll-Down-Menü können Sie Ihre Suche auf Schlagwörter, Personen, also AutorInnen oder Titel weiter eingrenzen. So gelangen Sie zur Übersicht aller verfügbaren Medien. Durch Auswahl eines Eintrags in der Liste gelangen Sie zur ausführlichen Ansicht. Hier finden Sie wesentliche Informationen wie den Standort und die Verfügbarkeit. Unter Bitte wählen Sie kann ein Buch mit dem Bestellbutton bestellt werden. Sie werden dann zu Ihrem Bibliothekskonto weitergeleitet, wo Sie nach Eingabe von Benutzernummer und Passwort unter dem Bestellbutton die Bestellung auslösen können. Wenn Sie gezielt nach einer bestimmten Medienart suchen wollen, zum Beispiel nach Online-Zeitschriften und Online-Ressourcen, dann hilft die erweiterte Suchfunktion des OPAC. Geben Sie unter dem entsprechenden Reiter Ihren Suchbegriff ein und konkretisieren Sie Ihre Anfrage nach Erscheinungsjahr und Sprache. Auch das Erscheinungsland und die Materialart können Sie hier filtern. So gelangen Sie zu Ihren spezifischen Suchergebnissen. Noch Fragen? Dann schauen Sie auf unserer Website vorbei. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns auf Sie!